Der Wasserbahnhof in Müllheim an der Ruhr ist eine Anlegestelle der Weißen Flotte. Der Wasserbahnhof liegt auf der Schleuseninsel der Ruhrschleuse Müllheim, auf der sich auch das Haus Ruhrnatur befindet. Der Wasserbahnhof wurde 1927 als kleine Trinkhalle nach Plänen der Architekten Pfeiffer und Großmann für die Fahrgäste der Ruhrschifffahrt direkt unterhalb der Ruhrschleuse angelegt. Seit seiner Erbauung dient er als Abfahrtsort für die Schiffe der Müllheimer Weißen Flotte. In den Folgejahren, während die Fahrgastzahlen stetig stiegen, wurde er mehrmals umgebaut und vergrößert. 1945 wurde der Wasserbahnhof von der englischen Besatzungsmacht okkupiert und als Casino genutzt. Nach der Freigabe 1949 übernahm er wieder seine zusätzliche Aufgabe als Restaurant auf der Schleuseninsel. Als besondere Attraktion ist im Jahr 1953 die erste deutsche Blumenuhr vor dem Wasserbahnhof angelegt worden. 1975 verursachte ein Großbrand erhebliche Schäden an und im Gebäude. Bis 2011 bestand die Anlegestelle in Mindart mit der Bezeichnung Mindart Wasserbahnhof. Der Wasserbahnhof ist Bestandteil der Route der Industriekultur. Die Maschu sind gebetwiegen. Untertitelung. BR 2018